Herzlich Willkommen im Screening-Zentrum Bielefeld-Gütersloh. Hier in diesem Zentrum werden jährlich im Rahmen des Screenings ca. 25.000 bis 27.000 Frauen untersucht und zwischen 1.500 und 1.700 Frauen abgeklärt im Assessment. Hier sehen Sie die Kassette mit der neuen Phosphotechnologie. Auf die Vorteile höhere Detailerkennbarkeit, schnellere Bildverarbeitung, niedrigere Dosis gehe ich im Detail noch ein. Auf dem Monitor sehen Sie vier Bilder im oberen Bereich mit der neuen Folie und die alten Vergleichsaufnahmen noch mit der dazu gehörigen alten Folie. Man kann unschwer erkennen, dass die Aufnahmen sehr, sehr viel kontrastreicher sind im oberen Bereich. Was dazu führt, dass wir Mikrofachkalkungen und auch spekuläre Opazitäten sehr viel besser und auch schneller erkennen können. Einen weiteren Vorteil bietet uns die neue Folie auch bei der Detailerkennbarkeit von Architekturstörungen, die im Rahmen des Screenings immer wichtiger werden, da wir ja hier in einer Früherkennungsuntersuchung uns befinden. Ein weiterer, nicht unerheblicher Vorteil ist die Dosisreduzierung bei gleichbleibender oder höherer Detailerkennbarkeit. Ein weiterer, nicht unerheblicherweise. Ein weiterer, nicht unerheblicherweise. Ein weiterer, nicht unerheblicherweise. Ein weiterer, nicht unerheblicherweise. Ein weiterer, nicht unerheblicherweise.